Hey Leute, ich bin's Kim. Ihr habt mich ja so oft gefragt, ob ich mal vielleicht eine Schminksammlung machen kann. Was ich nie gemacht habe, obwohl das stimmt nicht so ganz, denn ich habe mal eine Lippenstiftsammlung gedreht, aber nie hochgeladen, weil es einfach viel zu lang war und ich dachte, es langweilt euch. Deswegen habe ich es nie hochgeladen. Aber jetzt, wo ich ja jetzt so ein Jahr in China bin und nur so meine wichtigsten Sachen mit habe, dachte ich mir, ich könnte vielleicht mal so meine Schminkbeuteln zeigen oder beziehungsweise zeige ich euch nur die hier, denn da sind wirklich nur meine wichtigsten Sachen drin, die ich alltäglich benutze. In dem anderen sind nur so meine Lippenstifte und Sachen wie zum Beispiel Lidschatten, die Millionen Pinzetten, die ich da drin habe, warum auch immer, denn einer ist ja eigentlich genug und ich habe da auch einfach nur so Haargummis reingeschmissen und hier drin sind wirklich so meine wichtigsten Sachen. Deswegen zeige ich euch die jetzt und ich fange auch direkt mal an. Dann ansippen wir das mal und schauen mal rein, was da drin ist. Ich weiß ja, was da drin ist, nur ihr wisst es nicht. Aha! Ich glaube, ich fange mal mit den Pinseln an, die ich mit nach China genommen habe. Und da habe ich einmal hier diesen Travel Kit von BH Cosmetics. Und da drin sind wirklich die wichtigsten Pinseln drin, die man immer braucht. Von Eyeliner Pinsel bis zum Lippenstift Pinsel und alles. Einfach wirklich alles. Deswegen liebe ich es auch so sehr und nehme es auch wirklich immer mit, wenn ich im Urlaub bin oder so, denn das reicht auch, wenn ich das mit habe für meine Augen. Und dann aber, weil da drin dieser Verblendungspinsel nicht so gut ist, habe ich den von Ebelin noch mitgenommen. Der ist ganz weich, also echt empfehlenswert, wenn ihr so einen Verblendungspinsel noch braucht. Denn für den Preis finde ich den von Ebelin echt gut. Dann, als ich hier in China war, habe ich mir noch zwei weitere Pinseln gekauft von Sephora. Einmal hier diesen Stippling Brush. Es hat die Nummer 44. Ich verlinke es unten euch in die Infobox. Und ja, wie gesagt, Stippling Brush, die sehen ja alle so aus. Und dann noch einen Ankle Contour Brush. Der sieht so aus. Und auch davon habe ich dann den Link unten in der Infobox für euch. Und das ist die Nummer 75. Das ist richtig unnötig, aber ich zeige es euch trotzdem. Es ist einfach so ein Schwämmchen für meinen Concealer, wenn ich es verblenden möchte. Und dann habe ich zwei Mascara mit mir dabei. Eigentlich drei, aber mein einer, den von Chanel, ist leider ausgegangen. Und deswegen habe ich nur noch die zwei. Aber es klappt trotzdem ganz gut. Ich warte halt, bis ich wieder in Deutschland bin, um mir das neue zu kaufen, weil es da einfach billiger ist. Und ja, einmal den von Guerlain und einmal den von Astor. Diesen Play It Big von Heidi Klum. Kann man das sagen, dass es von Heidi Klum ist? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat Heidi Klum da drauf unterschrieben. So, dann habe ich noch mein Foundation, die ich aber im Moment gar nicht mehr benutze. Den hier. Denn ich weiß nicht, im Winter trage ich das nicht so gern auf, weil... Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich trage es halt nicht mehr so oft. Und dann habe ich noch eine Lidschattenpalette von Catrice, die aber leider jetzt kaputt ist. Denn mir ist hier runtergefallen und mir ist so vieles hier runtergefallen und kaputt gegangen, was ich sehr traurig finde. Aber egal, man kann es ja noch benutzen. Den hier habe ich mit. Und dann habe ich auch noch meine zwei Concealer. Einmal den von Etude House. Die habe ich mir aber hier neu gekauft, weil der eine von Maybelline Jade Fit Me leer gegangen ist. Und ich wollte sowas haben, was so ähnlich ist wie das Fit Me Concealer. Und deswegen habe ich mir den von Etude House gekauft. Und dann habe ich auch noch so diesen Stift Concealer von Bobbi Brown. Der sieht so aus. Manchmal mixe ich die zusammen, weil das einfach besser ist. Also das concealt dann einfach die Pickeln besser und deckt die dann besser ab. Bobbi Brown, aber man kann Bobbi Brown gar nicht mehr lesen. Ist schon fast ab, aber was auch immer. Dann noch zwei weitere Produkte von Bobbi Brown. Einmal diesen Augenbrauenstift von Bobbi Brown und dazu den passenden Augenbrauengel. In der Farbe durchsichtig. Aber das ist nicht mehr durchsichtig jetzt, sondern Braun. Weil immer wenn ich da drüber gehe, dann wird es natürlich auch ein bisschen bräunlicher. So, dann habe ich noch meine ganzen Eyeliner hier drin. Und zwar habe ich drei, ups, drei Stück. Einmal diesen Flüssig-Eyeliner von Sephora. Und dann einmal diesen Gel-Eyeliner von Etude House. Den Pinsel kann ich gerade nicht finden. Ich bin mir aber sicher, der ist irgendwo da drin oder irgendwo anders. Keine Ahnung. Und dann auch noch diesen Stift-Eyeliner von ADECO. Den ihr bitte nicht nachkauft, denn es ist wirklich shitty. Den kann ich echt nicht weiterempfehlen. Ihr tragt den auf. Zehn Minuten später verschmiert es schon und es geht schon langsam ab. Also nicht nachkaufen. Dann noch so ein... Was ist das? Ah, okay. Noch so ein Lip-Liner-Pinsel. Weiß nicht, warum ich das mitgenommen habe. Wahrscheinlich, weil ich Bock drauf hatte. Und dann habe ich auch noch hier diesen... Den kennt ihr wahrscheinlich von Backstage. Diesen Wimpernformer. Thermo-Wimpernformer. Äh, den benutze ich nicht so häufig. Denn ich glaube, es ist nicht so gut, wenn ich das immer benutze. Und ich benutze es meistens nur, wenn ich rausgehe, feiern gehe und wirklich möchte, dass meine Wimpern lange, ähm, halt oben bleiben. Und ich nicht nochmal nachtuschen möchte. Oder wenn ich halt, äh, feiern bin und die langsam wieder runterkommen, also meine Wimpern wieder gerade wären. Dann nehme ich den hier mit und biege es wieder nach oben. Sehr smart von mir. Oho, ganz in der Ecke habe ich den Eyeliner-Pinsel von Etude House gefunden. Der sieht so aus. Nichts Besonderes. Aber, wenn man den halt so wieder zudeckt, so zumacht, dann ist es richtig klein und richtig niedlich. Und dann habe ich hier drin auch noch meine, ähm, meine Wimpernzange, die natürlich jedes Mädchen in deren Kosmetiktasche mit hat. Und dann noch, okay, ich habe noch so einen Einweg oder, äh, Zweiweg, keine Ahnung, wie oft man das benutzen kann. Aber ich benutze es sehr, sehr oft. Ich habe auch diesen, ähm, die, glaubt mir Leute, nächstes Jahr kann ich gar kein Deutsch mehr. Ich meine, ich habe auch noch eine Nagelfeile mit dabei, falls die Nägel mal gefeilt werden müssen. Und dann habe ich noch, ähm, so Blush mit Rouge, einfach, äh, diesen Travel Kit. Das ist auch wieder ein Travel Kit von Sleek. Ich weiß nicht, ob man den online kaufen kann, aber ich habe es, äh, in London in so einer Drogeriemarkt gekauft. Ich finde Sleek sehr gut und wenn ich mal wieder in London bin, äh, würde ich mir auf jeden Fall noch so eine Palette holen. Denn die sind einfach und, oh mein Gott, ich habe es auch zerstört. Naja, egal, ich zerstöre so vieles von mir, aber man kann es ja noch benutzen. Dann habe ich auch noch mein, ähm, ja, mein, 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 mein Puder, den ich immer benutze. Und zwar ist der von Shiseido. Das ist wirklich meine Lieblingsmarke, Shiseido. Und, äh, für den Preis benutze ich es eigentlich auch wirklich ein halbes Jahr lang. Oder den hier benutze ich wirklich schon ein Jahr lang. Also, ziemlich gut. Und dann habe ich wieder ein Travel Kit. Und zwar von Adeko. Den hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber eigentlich müsst ihr das kennen, denn das existiert schon ziemlich lange. Und ihr könnt einfach eure Farben mixen und die Farben, äh, reintun, die ihr gerne habt und oft benutzt. Und das habe ich gemacht. Ich habe die Farben reingetan, die ich, äh, immer benutze eigentlich. Also so Brauntöne, Grautöne. Und ja, ich benutze Grün eigentlich auch sehr, sehr häufig, weil ich es einfach schön finde. Und dann habe ich einfach hier so ein Rouge mit dazu getan. Weil manchmal bin ich halt zwei Tage weg und das ist dann einfach, wenn ich alles hier drin habe. Und dieser Spiegel da drin, der ist ziemlich groß und auch ziemlich praktisch, meiner Meinung nach. Äh, dann habe ich noch von Make Up For Ever so ein Kontur- und Highlight-Set geholt. Wenn ich es aufbekommen würde, würde ich es euch gerne zeigen. Ja, so sieht es aus und ich glaube, ich habe es euch schon mal in einem Video gezeigt. Auf jeden Fall ist es sehr praktisch, weil man hat halt beides in einem drin. Also auch wieder so ein Travel-Kit. Ich bin wirklich ein großer Fan von diesen Travel-Kits, weil man dann nicht so viel im Kulturbeutel mit hat. Und man braucht ja auch nicht so viel mitzunehmen. Und das ganze Schleppen ist ja auch schwer. Kauft am besten mehr Klamotten im Urlaub und nimmt es dann mit nach Hause, anstatt so voll viele Kosmetik-Sachen mitzuhaben. Dann zum Rest, das sind wirklich nur so Kleinigkeiten, die nicht jeder im Kulturbeutel mit hat. Aber ich habe die halt mit, weil ich ja ein Jahr weg bin. Einmal so eine Nagelschere, dann so einen Augenbrauen-Rasierer. Den habe ich hier gekauft. Den finde ich super toll, denn man kann den rein- und rausfahren. La 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 la. Und ja, dann noch diesen Bobby-Brown-Spitzer, die ich mit dazu bekommen habe, als ich den Augenbrauenstift geholt habe. Und einfach eine Pinzette. Aber hier drin ist nur eine Pinzette. Die restlichen fünf oder so habe ich in dem anderen Kulturbeutel. Aber wie gesagt, der andere ist ein bisschen langweilig. Und das war's. Das waren so all meine Sachen, die ich in meinem Kulturbeutel drin habe. Und ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten, damit das Video nicht irgendwie 15 Minuten lang wird. Also ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich weiß es noch nicht, denn jetzt gerade sitze ich ja noch vor der Kamera. Aber ihr seht es ja schon, deswegen wisst ihr, wie lang es ist. Aber ich weiß es noch nicht. Deswegen hoffe ich mal, es ist nicht so lang geworden. Und oder ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl es so lang ist. Das waren wirklich so meine wichtigsten Sachen, die ich auch jeden Tag in meinem Gesicht benutze. Bis auf meinen Lippenstift, denn da zeige ich euch noch eine Lippenstiftsammlung. Und diesmal werde ich es auch hochladen und nicht nur bearbeiten. Deswegen seid gespannt und gebt mir erstmal einen Daumen hoch auf dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt. Den Button findet ihr unter diesem Video. Einfach draufklicken und ihr seid ein Abonnent von mir. Und wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal.